Hallihallo und Willkommen. Welcome to this information video. If you are English speaking, just jump to the second part of the video where I say everything again in English. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Informationsvideo hier wir stehen in Kassel und ich habe etwas ganz cooles für euch, für die meisten könnte das was ganz interessantes sein und zwar ich habe keine Pringles für euch, sondern tatsächlich ein Gewinnspiel. Ihr habt die Chance, pro Person einen Key für TSW3 zu gewinnen und zwar funktioniert das wie folgt. In diesem Video hier, also genau das hier was ihr gerade seht, müsstet ihr einmal einen Kommentar schreiben. In diesem Kommentar schreibt ihr erstens, wieso ihr TSW3 wollt. Ein kurzer Satz reicht dafür aus, muss kein Roman sein. Zweitens müsst ihr auf jeden Fall schreiben, für welche Plattform ihr diesen Key haben wollt. Also entweder für Steam, für Epic, für die Playstation oder für die Xbox. Bei der Playstation ist es ganz wichtig, dass sie unterscheidet erstens zwischen PS4 und PS5, die ihr informuslich haben und zweitens brauche ich die Information, ob es die EU-Version oder die US-Version der Playstation ist. Wenn ihr eure Playstation in Deutschland gekauft habt, dann wird es die EU-Version sein. Ich glaube wohl kaum, dass irgendjemand, der deutschsprachig ist, die US-Version hat, aber trotzdem. Also entweder ich schreibe dann PS4 EU, PS4 US oder PS5 EU oder PS5 US hin. Und bei der Xbox ist es egal, ob jetzt alte Generationen oder neue Generationen oder halt die, die am PC sind. Erfehler dann bei Steam oder bei Epic. Voraussetzung ist, wie gesagt, erstens der Kommentar, dass ihr überhaupt einen schreibt. Zweitens, dass ihr in diesem Kommentar schreibt, wieso ihr TSW3 haben wollt. Drittens, die Plattform, auf der ihr spielt, für die ihr diesen Key haben wollt. Und viertens, eine, aber das ist nur optional, könnt ihr noch sehr, sehr gerne dem Kanal hier folgen, damit ihr auf dem Laufenden gehaltet werdet, falls sowas wieder in Zukunft auftaucht. Aber das ist keine Voraussetzung. Ich bin jetzt hier kein Clickbaiter, der hier die ganzen Subscriptions haben möchte. Aber ihr könnt selbstverständlich sehr gerne folgen. Aber das ist nur optional. Soviel dazu. Also, ihr habt, ich überlege gerade, dieses Video kommt raus am 17. September, am Samstag. Ihr habt Zeit bis zum, äh, das hätte ich mir natürlich vorher überlegen sollen. Moment, Zeit bis zum, ich gucke kurz in meinen Kalender, bis zum 19. September, 12 Uhr mittags. Genau, bis zum 19. September, 12 Uhr mittags. Das heißt, also heute habt ihr Zeit, morgen habt ihr Zeit und übermorgen habt ihr Zeit dafür. Ähm, danach werde ich, nach dem 19. September um 12 Uhr, werde ich dann die ganzen Kommentare gesammelt haben und in einem Video gemeinsam mit euch dann zufällig diese Gewinne auslösen, äh, auslosen, nicht lösen. Ähm, ich habe insgesamt fünf Keys zu vergeben, äh, dank DTG. Da, da gibt es dann eine freundliche Kooperation mit DTG. Ähm, genau. Also, fünf Keys habe ich zu vergeben, äh, das war es auch schon eine Information, jetzt folgt das Ganze noch auf Englisch. Okay, so I have a little price to give away. Okay, I got five Keys for TSW3 by DTG, thanks for that, DTG. And the requirements are following. You write a comment under this video here, where you first of all state why you want to have TSW3. Just a short, uh, a short message is enough. You don't have to write a novel. Then, second of all, and this is the most important step, you have to state on which platform you're playing. So, if you're on PlayStation, on Xbox, on Steam, or on Epic, you have to tell me in the comments. Because these are different keys. And especially if you're on PlayStation, you also have to explain whether you're on PlayStation 4 or on PlayStation 5. And, also, please write if you're on the EU version or the US version of the PlayStation. Both infos are very important, otherwise I don't know which key to give you if you're on PlayStation. So, please, if you're on PlayStation, as I said again, first of all write if you're on PlayStation 4 or PlayStation 5. And write if you're on the EU version or the US version. Uh, of course, everyone is only allowed to have one entry. So, one, I will only choose one comment per person. It does not do any kind of difference. If you comment, like, ten times, it will not count. I will only count a comment once. And, uh, yeah, that's it. And if you want to, you can subscribe to the channel, but you don't have to. It's not a requirement for this prize, for this giveaway. Um, yes, and that's it. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Uh, oh, no, wait. Uh, I, I have forgotten something. So, this video comes out on the 17th of September. And you have time until the 19th of September, 12 o'clock. So, 12 midday. 12 a.m. Or is it p.m.? I don't know. So, it's, when it's in Europe, day, 12 o'clock. Not in the night. Okay? After that, I'm going to do a video with all the comments. And, uh, you will see who's going to be the winner. And in this video, you will have more information, how you can contact me and how I can get back to you to give you your keys. Okay, that's it. Thank you very much. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Uh, ja. Best of luck. Goodbye.